Den Akku. Danke zum Bild. Komm, Bonny. Kitty, Hasi. Kitty, Hasi. Kitty. Was soll ich jetzt für ein Fünf-Junruf machen? Fünf-Junruf-Junruf-Junruf. Mit Fünf-Junruf-Junruf. Bonny. Bonny, der Hase will bitte spielen. Der Hase will bitte Muschi haben. Und sie versaut. Guck mal, Mucki, ättert hier mal die Muschi-Köpfe. Ja, ich war den Tag ziemlich krank und hab den Mord nicht gekennt und dann hab ich eigentlich meinen Fohlen und so nicht gehört. Aha, die haben Sie aber besucht, da rein. Ja, okay. Und jetzt noch jemand, der die Sprechen will, der Mann. Hallo, Sandra. Ja, das ist ja nicht der Kirschgeschichte des Jahres. Weil Sie niesen mussten, konnten Sie nicht schnell nur ab die Runde... Papa, nee. Pass auf, Bonny. Bolli.